Guten Abend, das war ein traumhafter Tag heute deutschlandweit, egal durch welche Webcam wir geschaut haben. Und nachdem sich das alles sehr bald ändern wird, wollten wir das nochmal zelebrieren. Sehr bald bedeutet für den Norden und Westen schon heute Nacht. Da regnet es nämlich lang und kräftig, sonst ist es bewölkt. Am klarsten ist es in Ostbayern die Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Morgen ist man im Nordwesten am besten in der Wohnung oder im Büro aufgehoben, denn es ist windig und regnerisch. Nach Süden und Osten zu wird es immer freundlicher und sonniger. Im verregneten Nordwesten sind auch nur maximal 22 Grad zu holen, sonst haben wir es mit 24 bis 29 zu tun. Allerdings wird es vor allem im Osten sehr schwül. Am Donnerstag blüht unser Temperatursturz, dann wird es nirgends mehr wärmer als 22, 23 Grad und wir werden überall von Schauern heimgesucht. Im Süden gibt es auch Blitz und Donner. Der erste trockene Tag wird voraussichtlich der Samstag sein. Jetzt kommt erstmal Blitz und zwar nicht nur für den Süden und wir sehen uns morgen wieder.